Weiter habe ich meinen Glücksbringer dabei, von meiner Frau abgezogen. Und probiere Drachen Sizilianisch aus. Lange nicht mehr gespielt. Smith Mora haben wir auf dem Brett. Und das nehme ich definitiv nicht an, das Gambit. Spielen wir ein bisschen anders. Das ist soweit ich weiß. Soll ich hier rausnehmen oder nicht? Nimmt, schwächt doch. Ah ne, macht ein zu starkes Zentrum. Gehen wir mal zurück. Hat er den? Scheiße. Ah ne, dann habe ich hier den. Ich glaube D6 ist Theorie gleich als nächstes. D6, er kann nicht so. Hier nehmen wir raus, er nimmt da raus. Und machen Druck auf den D4-Bauern. Will ich vielleicht seinen Springer auch noch fesseln, den anderen? Ich komme ja jetzt nicht raus, ich kann nicht rausschlagen. Das ist eine doofe Fesselung hier auch am Start. Moment mal, kann ich so nehmen? Und dann mit der Dame? Kann er mit der Dame Schach geben? Wobei, dann kommt der Läufer hier rein. Ich muss mit der Dame ziehen und dann ist er zweimal hier drauf. Es sei denn, ich spiele Dame die 6. Sonst greift er zweimal hier an und das drohen gefährliche. Mit dem Turm? Wow. Klar, um den Bauern zu decken. Logisch. Kann er mir noch die Rokade versauen irgendwie? Nö, ich glaube nicht, ne? Rokadieren wir erstmal den König. In the safe zone. Haben wir jetzt hier einen blöden Isolani? Ach, egal. Er ist zweimal gedeckt und nur einmal angegriffen. Also wo könnte ich jetzt als nächstes hin? Turm B8 vielleicht. Turm B8? Oh, Springer C4. Explosive Zug. Greift da und da an. Läufer müsste wieder zurück. Na, wobei, ist doch vom Turm gedeckt. Was labere ich da? Trotzdem, sein Läufer ist gefährlich. Sehr gefährlich mit den drei Figuren hier, die gleich hier alle reinkommen. Es droht hier schon Schachmatt. Und, wow, kann er hier opfern? Schlägt, 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 schlägt. Kann ich dann das Matt nicht mehr verhindern? No way. Ich nehme raus, dann bin ich Matt. Ich mache hier, dann opfert er. Ich nehme raus, Dame schlägt. Es droht Dame H7 Matt. Shit. Shoot, wie mache ich das? Hä, wie verhindere ich das jetzt? Ich habe keinen Königsspringer mehr zum Verteidigen. Einfach hier rausnehmen und verlieren? Das kann es auch nicht sein. Ich muss den spielen. Der opfert jetzt rein und dann habe ich keine Chance mehr, oder? Ich nehme raus, er nimmt raus. Ich muss den hier spielen. Und er ist trotzdem Dame hier Matt. Weil der Bauer ja weg ist. Ich glaube, ich muss tatsächlich erst einmal sowas spielen oder so. Da komme ich dann raus? Scheiße. Kompass aus schlagen ist Pflicht. Junge, was für ein krankes Opfer. Es wird ja immer ekliger. Das ist auch Matt. Scheiße, das ist auch Matt. Hä, was mache ich jetzt? Junge. Hier raus, dann bin ich... Ah nee, hier bin ich nicht Matt. Ich darf einfach... Ich darf einfach nur meinen Turm opfern. Mal sehen. Vielleicht kann ich mir das Schach hier rausnehmen. Voll vercheckt. Mit meinem Springer da vielleicht irgendwo noch hin. Das bringt auch nichts. Ich bin einfach... Erstaunt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann hier rausnehmen. Vielleicht sieht er ja nicht, dass sein Läufer angegriffen ist. Komme ich hier raus? Nimmt, nimmt. Das ist doch auch Matt. Nimmt, ich muss mit König schlagen. Dann geht er hier. Ich gehe hier. Turm kommt ran. Ich muss hier. Oh, alles scheiße, Leute. Alles scheiße. Ich ertrage das nicht mehr. Vielleicht saft mich ja irgendwie die Dame noch raus. Er könnte jetzt theoretisch hier schlagen. Ich nehme da. Er nimmt da. Ich nehme da. Und dann geht er in ein gewonnenes Endspiel. mit dreimal so viel Zeit wie ich auf der Uhr. Wie hältst du das denn da verteidigt? So klar, im Nachhinein weiß man es immer besser. Oder wenn man sich 10 Minuten Zeiten für die Analyse oder die Engine anschmeißt. Aber auf so ein, zwei Minuten das hier zu verteidigen, das ist mir noch zu hoch. Jedenfalls kann ich ja jetzt jederzeit mit meiner Dame noch dazwischen ne, jetzt kann er mich nicht matt setzen. Hier geht nicht. Jetzt kann ich meine Dame dazwischen ziehen. Ich hole noch einen anderen Verteidiger dazu, der hier noch zwei Felder abdeckt. Boah, wenn ich das gewinne, ne, dann würde ich nie wieder eine Partie ohne diesem Ding hier spielen. Ich weiß nicht mal, wie man sowas nennt. Vanessa, wenn du das Video siehst, dann schreib mal in die Kommentare, wie man das nennt. Und ob das hübsch an mir ist. Ich kann hier sogar richtig so, als wäre das so ein Schweißband, ne, so ein, so ein, junger, so ein junger Jogger bin ich einfach. Von Material sind wir hinten, von Zeit sind wir hinten, egal. Wir geben trotzdem unser Bestes, ne. Tom kann hier rein, gewinnt ein Bauern. Oder ich decke erstmal so ab. Wir decken erstmal ab. Vielleicht rennt er ja noch in irgendwelche Tricks rein. Zwei Leichtfiguren. Wow. Takes, takes, fork. Und Fesselung. Und ich droh gleich dann hier rein zu laufen und dann sowas zum Beispiel zu machen. Wow. Sick. Back in the game. We are back in the game. Let's go. Komm schon, greif meinen Bauern an. Boah, das schaffe ich doch gar nicht in 26 Sekunden. Hallo? Ich muss mit dem König ran. Ganz bestimmt. Scheiße. Ah nein, er kann doch einfach den dann machen. Ich muss mich da vorstellen. 8 Sekunden. Ach du Scheiße, ich hab nur 8 Sekunden Zeit. Sag mir das doch jemand. Scheiße, ich verliere das Ding noch auf Zeit, ey. Ich muss jetzt alles pre-moven, die ganze Scheiße. Ich hätte ihn noch besiegt, trotz Turm weniger. Das hier ist noch ein theoretisches Remis, aber mit 5 Sekunden Restzeit schaffe ich das niemals. Wie geht es denn noch?